hallo zusammen ich begrüße euch heute zum thema polstermöbel polstermöbel das kann das klassische sofa sein was man als zwei sitze als drei sitze in der wohnung stehen hat kann genauso gut auch die eckkombination mit ottoman oder rekamiere sein heute wollen wir uns mal etwas anschauen was wir neu im sortiment haben und zwar sind das polstermöbel mit funktionen das ist ein hersteller aus spanien der zeigen sich vor allen dingen dadurch aus dass er polstermöbel oder sitzmöbel produziert die eine allerwichtigste funktion haben sind super bequem und dann kommt zu der bequemlichkeit das design das heißt die gestaltung wir haben hier eine vielzahl von stoffen die wir uns aussuchen können und es gibt noch ein i tüpfelchen mit diesem sofa kann ich dann auch noch motorisch eine verstellung durchführen und wie das genau aussieht das seht ihr jetzt also einfach bequem platz nehmen dann gibt es hier seitlich einen kleinen touch schalter und wenn man den drückt dann wie von geisterhand gibt es eine fußstütze aber auch die lehne fährt nach hinten und der lufthansa schlaf sessel der ist nicht viel schlechter ach so ja gut also wie gesagt polstermöbel mit entsprechenden funktionen hier unser farbthema blau mit passendem teppich und abgestimmten bild im hintergrund dieses sofa gibt es natürlich nicht nur als dreisitzer ihr seht das ist modular wir haben hier ein breites endstück haben wir auch noch mal breit das ist schmaler wir können auch drei schmale nehmen wir können auch noch breiter wir können einen einzelnen sessel produzieren also das ist alles etwas wo wir dann auf die euren geschmack auf die einrichtung rücksicht nehmen können das genau passend und individuell zusammenstellen wenn ihr interesse habt kommt vorbei meldet euch und wir finden gemeinsam euer sofa